nie mehr ohne gummi veronika der lens ist da frühlings spring lente brandon primavera und dieser frühling macht sich mehr oder weniger hier bei mir in der norddeutschen tiefebene ebenso wie in london amsterdam paris oder rom bemerkbar alles wächst blüht grünt und sorgt für die berühmten ach was sage ich notorischen um nicht zu sagen berüchtigten frühlingsgefühle denen entkommt kein lebewesen solange sich in ihm noch ein kleines bisschen leben regt keine bange die ohnehin sattsam bekannten einzelheiten erspare ich uns nur so viel auch ich erliege regelmäßig den mit der erwachenden natur verknüpften empfindungen und erlebnissen noch empfindsamkeiten an dieser stelle nur mal ein beispiel immer spürbarer wird ohne zweifel seit beginn der unaufhaltbaren reifung meines alternden körpers und geistes die nicht nur beamte in ihren amtsstuben hinterrücks überwältigende frühjahrsmüdigkeit unvoreingenommen behördenkunden wollen gar beobachtet haben dass unabhängig von der besöldungsgruppe und stufe begrabte büroschläfer dieses unabdingbare alleinstellungsmerkmal dieser berufsgruppe mühelos auf sämtliche nicht erst seit an wie weil die erfundenen vier jahreszeiten auszudehnen in der lage sind lediglich in der fünften jahreszeit zwischen altweiber fastnacht und aschermittwoch sollen vorzugsweise in der rheinischen region behördenbedienstete auch schon mal hellwach wenn auch wankend und torkelnd während der dienstzeit gesichtet worden seien aber natürlich nicht im amt frühjahrsmüdigkeit ist eben auch was betrifft habe ich die frühjahrsmüdigkeit samt komatöser tagschlafphasen gänzlich aus meinem kalender gestrichen diversen zipperlein und dem alter geschuldet habe ich eingesehen dass nachtschlaf wohl doch überbewertet wird nicht nur im frühjahr wenn es mir recht überlege gäbe ich mittlerweile vielleicht sogar einen passablen schreibtisch schläfer ab ziehe dann aber doch die heimische couch mit der aussicht auf kaffee und kuchen vor wenn ich zwischendurch mal wach werde genug gegend einstweilen das erwachende jahr hat nämlich mehr zu bieten als schlaf dass wir pflanzen der fensterbänke balkonkästen und blumen ampeln ist jetzt ein absolutes muss ich will jetzt gar nicht von stiefmütterchen in allen farbvarianten geranien und feilchen reden ich bin vielmehr alle jahre gespannt welche grünen oder bunten außenseiter meine frau von ihren expeditionen in gartencenter unseres vertrauens triumphierend mit nach hause bringt dieses mal hatte ich ein deja vu klein war das gewächs das meine liebste mir stolz präsentierte sehr klein und noch verhüllt mit dem packpapier der großgärtnerei ein kleiner grüner kaktus der raus will auf den balkon und nichts im sinn hat als stechen 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 ich mag die original komödiantischen harmonisten und ihren widerspenstigen immergrünen stechling mag beide sehr aber bislang gehörten sukkulenten und ihre bekanntesten repräsentanten eben jene kaktien ich persönlich bevorzüge den plural kaktüsse eher weniger gehören die zu unserem grünen beutelschema was gut aus gar keine nein unter dem transportpapier verbarg sich kein wehrhafter knirps mit eingebautem saftladen so ähnlich darf man wohl den begriff sukkulent eindeutschen es war und ist immer noch ein gummibaum um halbwegs zu verstehen warum ich bei der stolzen präsentation unseres neuen veganen hausgenosses zunächst einige mühe hatte meine gesichtszüge unter kontrolle zu halten sollte man spätestens aber wirklich spätestens anfang der 50er jahre das licht der welt erblickt haben nur dann kennt man ihn noch den unbändigen stolz jeder wirtschafts wunderhaus frau eben jenes mitglied der großen familie der maulbergewächse einer der zumindest damals prominentesten vertreter der feigengattung botanisch korrekt als ficus elastica bezeichnet der ganze stolz hinaus ich weiß wie es heute also gut 70 jahre später nicht ob die unkaputtbare liebe meiner mutter und ihrer kaffeekränzchen freundinnen damals bereits eine echte grüne wurzel hatte oder doch er einem der damaligen status symbole des keimenden wirtschaftswunders galt ich bin heute jedenfalls noch zutiefst dankbar dass mir in jenen frühen jahren nicht eine derartige fürsorge zuteil wurde wie dem mit augus augen kontrollierten ständig mit irgendwelchen essenzen einer blattpflege unterzogenen gummibaum ich kann mich übrigens mit einer gewissen schadenfreude der reinsten bekanntlich aller freuden nicht an einen einzigen ficus elastica erinnern der die geradezu manischen pflegepraktiken meiner mutter überlebt hätte bekannt ist die verformbare feige noch so ein versuch mit meinen alles andere als perfekten latein kenntnissen punkte beim bildungsbürgertum zu machen auch als indischer kautschukbaum oder ebenso wenig wirklich treffend als gummibaum den latex milchsaft hat der ficus zwar auch in sich wirtschaftlich vertretbar gezapft wird er aber aus dem hebea brasiliensis und der wiederum ist mit unserem fikus weder verwandt noch verschwägert der gummibaum ist also eigentlich gar keiner jener gummibaum der 50er und 60er jahre der entweder in der hintersten zimmerecke mangels lichtnahrung einen grausigen tod fand oder aber im prallen sonnenlicht an einem sonnenbrand als dritte hinrichtungsmethode hat sich das ersäufeln in allzu gut gemeinten dies wasser stohlen bewährt jener ficus galt uns aufmüpfigen jungen wilden als grünes wahrzeichen des spießertums wir ersetzten ihn dann konsequent und radikal durch den benjamini einen nahen verwandten des uns verhassten gummibaums wir merkten natürlich in unserer jugendlichen hybris nicht dass wir 68er die ja fast alles anders machen wollten mit der nepalesischen birkenfeige dem pikus benjamina dem zimmerpflanzlichen ideal unserer mütter mit ähnlichen erfolgserlebnissen übrigens die nepalesischen benjamini erwiesen sich als fast noch zickiger als ihre aus indien stammenden cousinen und cousins wer noch einen rest von klarem verstand hatte verzichtete dann damals vernünftigerweise auf versuche mit zimmerlinden um gottes willen all das ging mir in der ersten schreck sekunde beim einzug unserer neuen zimmerpflanze durch den kopf und dann sah ich ihn an den winzling mit seinen unvergleichlich grünen rosig geänderten blättern in einem noch in einem knallrotes scheinblatt eingewickelten neuen trieb und ich verliebte mich auf der stelle mittlerweile denken wir darüber nach den knurps vielleicht so adoptieren ein solcher schritt will aber wohl überlegt sein so ist ja unter anderem damit zu rechnen dass das kerlchen uns schon bald weit über die köpfe wachsen würde und dass er möglicherweise noch in jungen ungestümen jahren seinen nicht unseren seinen tiefsten trieben erliegt ungeklärt ist zum beispiel die frage ob die elastischen feigen in die pubertät kommen und wenn ja wie sie sich dann verhalten in freier wildbahn nämlich also in den urwäldern des indischen halb kontinents jedenfalls erreichen unsere netten zimmer gummibäume locker höhen von 40 bis sogar 60 metern und bis zu zwei metern stammdurchmesser bekannt sind sie dort als würger feigen im kampf ums überleben entwickelt unser gummibäumchen in seiner natürlichen umgebung meist als zunächst harmloser schmarotzer auf anderen bäumen macht seiner wirtspflanze dann aber den würger aus weil er überleben will aber was soll's vorerst haben wir beschlossen den kleinen in die familie aufzunehmen wir verkünden deshalb stolz we are family naja pflege family erstmals ihr lads von asen